Willkommen zurück zum hoffentlich letzten Versuch zu Star-Events 3.5 Vocation of course Dreams 120 Sterne, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt Sag, wir sehen uns dann in Star-Events 4.5 Immerhin haben wir einen Heckjahr durch, ne? Ne, Spaß, haben wir nicht Angeblich sagt der Star-Display 133 Sterne Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil der ließ mich stehen 132 Kann aber auch sein, dass einer versteckt ist oder ist da Star-Display-Fractice Uns fehlen noch Nebenlevel Nehmen wir mal kurz So Uns fehlt noch ein bisschen was Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau Was wir schon haben und was nett Das müssen wir jetzt abchecken gehen Das müssen wir jetzt knallhart Abchecken gehen Schauen wir mal, was wir haben Ich würde mal erstmal irgendwie eine Rutsche Wupala Die eine Rutsche Hier Slide Da haben wir drin, ne? Die haben wir ja komplett Da müssen wir erst rein Und wenn ich das richtig Sehe Dürften wir dahin Da durchkommen Ja Ja Die Musik ist hier schön Die Frage ist nur Wo? Was haben wir nicht gesehen? Was haben wir verpasst? Ups Heiliges Ich habe zwar eine Idee Heiliges Es ist so schwer hier zu rutschen Offenbar Wenn ich mich jetzt mal hier umschaue Ob ich hier bereits was finden kann Nein Nein Okay Machen wir halt so Okay Hier war nichts zu sehen Hier war auch nichts zu finden In dem Raum wüsste ich jetzt auch Also hier hinten Hier hinten müssten wir wahrscheinlich hin Warte mal Ich begutachte die ganze Schoße mal Ich muss aber ehrlich gesagt sagen Ich weiß gerade nicht, wie man hinkommt Ist zeitlich irgendwie, aber Ich glaube auch, dass wir hier schon mal waren Aber von Woh? Wir waren hier schon mal Und ich glaube, mir kamen auch nicht unbedingt einfach sehr weit Oh, ja Hier wollen wir hin Ist aber die große Preisfrage Wie man da hinkommt Ähm Ups Haben wir mal gescheite Kamera hier Also So weit waren wir schon mal Und haben uns umgesehen Aber gut Hier war nichts Did you get under 30 seconds Test fade Ähm Okay Komme ich hier zurück? Nein Hier komme ich hier hin Ah Ah So war das Halt Stopp Da lese ich mal kurz den Text Äh You will need to get this way for one of the stars You bat Go inside And you will lose coins Okay Ne Das war einfach nur die Warnung gewesen Schauen wir uns das Ganze mal an Wir kriegen Das schon raus Irgendwie kommen wir da hin War es noch nicht wie Soja irgendwie überhaupt nicht Die Frage ist ja dann aber Ob man hier überhaupt Irgendwie hinkommen kann Wie sind wir denn damals hingekommen? Weil ich weiß es noch mal Ich muss ehrlich zugeben Ich bin minimalistisch ratlos Ja da hinten ist eine Tür Die sieht interessant aus Aber das war es dann halt auch Mal eine Idee hätte ich Eine Idee habe ich da Aber die wird nicht funktionieren Das stelle ich mir gerade Das stelle ich mich gerade sehr schwer vor Boah ist das hart Wenn man da so hinkommen will Wie bin ich damals hingekommen? Oh 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 konnte ich nicht hier auch irgendwo mal stehen zu einem geben es nee hier war das war tatsächlich ein komplett anderer weg und dieser part geht gerade so los wie es letzte mal auch da war was nee da war nichts alter scheiß doch die wand an du verfickte hurenkamera ha Gute Frage, wie man da wieder hinkam. Aber diese Rutsche hat auch zwei Eingänge. Wenn man das nämlich mal von hier aus betrachtet, hat diese Rutsche zwei Eingänge. Befinden tun wir uns in Kurs 4. Von Kurs 3 aus kommt man angeblich auch hin. Damit sollten wir auch zu dem Secret-Bereich da hinkommen. Versuchen wir es einfach mal. Und wir erstmal in Kurs 3 zurückkehren. Irgendwie. Das sollte nicht das Problem sein. Zack. Ist erledigt. Und irgendwie kamen wir ja... Ah, okay. Okay, okay. Verstehe. Das war ja dieses Level hier. Äh, des Gedöns hier. Lass mich doch in Ruhe, du Scheiß. Fly Guy. So. Ja. Okay. 121 Sterne brauchen wir. Das ist ein Problem. Es fehlt noch ein Stern. Für 121 Sterne. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, ich Gott. Ich hasse dieses Leben. Ähm, gut. 120 ist nicht genug. Wir brauchen 121. Ja, so. Jetzt kommt die allzu große Preisfrage. Wo zauber ich jetzt zum verdammten Himmel? Donnerwetter an Stern her. Ah. Aber gut. Idee hätte ich. Ob sie was bringt, weiß ich nicht. Weil ich weiß es ehrlich gesagt. Selber nicht. Äh. Ja. Ich glaube, ich habe es schon gemacht. Ich glaube, ich habe es schon gemacht. Aber ich sammle die rote Münzen. Ja. Boah. Vielleicht finde ich dabei auch den Toad. Den ich wahrscheinlich eigentlich stattdessen finden sollte. Vielleicht ist ja hier jemand. Ein Toad. Oh, hier ist ein Toad. Du meinst aber nicht den Toad, oder? Du, Mario, hast du gesehen, dass du den Toad nicht gesehen hast? Nein. Ähm. Gut. Hier ist noch ein Toad. Noch ein Toad. Ein Toad ist hier. Haben alle keinen Stern. Da ist eine rote Münze gewesen. Hm. Gut. Zum Zeitpunkt, zu dem ich sage, war sie noch da. Da ist sie nicht gewesen. Okay. Master. Kannst du mit weggehen? Ja, okay. Okay. Die klagen sich über den Urlaub. Aha. Da kommen wir wieder hoch. Okay. Da komme ich da hoch. Da komme ich zu den zwei Leveln. Mist Stages. Wobei, es dürften ja hier die gewesen sein, nur ganz kurz. Ja, das war der hier. Ich schaue gerade auf ein Star-Display, wie, wo, was weiß, warum Obi. Okay. Ist okay. Äh. 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 Keine Klappung auf den Rücken. Okay. Schauen wir mal. Oh, den haben wir echt nicht. Gut, dann habe ich Suche hiermit ein Ende. Gut, und dann von mir aus. Ja, ist ja gut. Gut, jetzt haben wir 121 Sterne. Es ist tatsächlich auch dieser eine Stern, der uns hier fehlte. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Ey, lass mich jetzt da hoch. Machen wir uns auf Zukunft 3 wieder. Wir können ja das jetzt hier. So simple, easy, going away, bla bla. So get it to blue, bla bla. Jetzt befinden wir uns auch noch in Kurs 1. Ja genau, Kurs 3. Und in Kurs 3 war es ja jetzt so. Sollte, ähm, ah ja. Sollte mir ziemlich zügig zu dem, ich weiß gar nicht, wo es war. Müssen wir mal kurz gucken. Schauen wir mal wieder hin, dahin, wo wir hin wollten. Also ich sag mal so. Ich sag mal so. Uns erwarten, ähm, definitiv noch weit mehr Void plus Bosses. Also, unser... Was uns erwartet, ist nicht unbedingt sehr schön, aber... Es wird spannend. Nach meinem Wissen ein paar herausfordernde Level. Oh ja, dann schauen wir einfach mal. Was uns da so erwartet. Hier ist die Brücke, die ich suchte. Hier ist die Brücke, die ich suchte, die ich begehrte. Wow, das war gerade schlecht. So. Ein weiteres Mal... ...betreten wir nun... ...ja, das da. Mit unseren relativ frisch... ...aufgefüllten 121 Sternen. Wow. Wobei, ich habe eigentlich volle KP. Ich brauche das nicht. Würde ich vorschlagen, betreten wir... ...diese Tür. Was uns in dieser Röhre erwartet, erfahren wir auch. Und bitte entschuldigt, aber diesmal wird es ein etwas kürzerer Part. Einfach weil, nach halter so. Hihi. Nee, okay. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Entschuldige... ...und entschuldige mich auch gleich mal für die... ...Rumlauferei. Ich wollte etwas ruhiger. Dafür geht es im Wechselpart. Definitiv ab. Wir werden... ...ähm... ...ja. Nightmare Void. Das steht uns bevor. Nightmare Void. Nicht schlafen. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst dann Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tsch js js. Hopp. nichts...